Tiffi, wieder ein wichtiges Spiel. Ihr habt euch viel vorgenommen, wie es ging schief. Wie ist das zu erklären? Ich glaube, dass heute individuelle Fehler das Spiel entschieden haben, aus meiner Sicht. Es ist, glaube ich, schwer für eine Mannschaft, die jetzt nicht so diese Top-Qualität hat, die auch angeschlagen ist. Da kann man über Kämpfen sprechen, hin oder her. Ich glaube, das ist für jeden auch vom Kopf her wahnsinnig bitter, in so einem Abstiegsendspiel so früh in Rückstand zu geraten, ohne dass man wirklich schlecht verteidigt. Ich glaube, das waren schon zwei gravierende Fehler, wo wir alle in der Saison, ich betone alle, ein, zwei Fehler zu viel gemacht haben. Und die haben heute aus meiner Sicht das Spiel entschieden. Ich glaube, dass wir, trotzdem wir so früh in Rückstand geraten sind, es in der ersten Hälfte schon versucht haben, nach vorne Fußball zu spielen. Wir haben uns bemüht, nicht wie in der letzten Woche, wo wir teilweise wie gelähmt waren. Ich glaube, das war diese Woche nicht der Fall. Ich glaube schon, dass wir versucht haben, was zu machen. Aber die letzte Durchschlagskraft hat er noch gefehlt.